Moin Leute, heute wieder ein neues Video bei uns auf dem Kanal. Heute geht es nicht um die Lkw-Ausbildung oder Berufskraftfahrer-Aus- und Weiterbildung, sondern heute geht es um das Motorrad, um die B196 Schulung. Das ist unser neues Projekt, das werden wir bald anbieten. In diesem Video kriegt ihr sehr viele Informationen über den neuen Führerschein. Wie ihr seht, ich stehe jetzt an zwei Krafträdern. Einmal eine Honda CB 125 R und eine Aprilia 125. Das sind natürlich A1 Maschinen. Uns kennt ihr fast eigentlich nur im Bereich Lkw, aber heute reden wir über den B196 Führerschein, den wir seit neuestem auch anbieten. Klären wir erstmal, was ist der B196 Führerschein. Überschrift kann man nennen, einfach ganz klar, wird auch in den Medien ganz viel gesagt, Motorrad fahren mit einem Autoführerschein. Ja, erstmal die Grundvoraussetzung, dass man das darf, ist man muss mindestens 25 Jahre alt sein und fünf Jahre den Führerschein Klasse B, heißt den Pkw-Führerschein, schon haben. Klären wir erstmal das Leistungsverhältnis von einer kleinen Maschine oder von einem Roller, heißt eine A1 Maschine. Also eine A1 Maschine, ein Kraftrad, hat maximal 11 kW und das Leistungszubewicht darf maximal 0,1 Kilo sein. Erstmal klären wir jetzt B196 Führerschein zu A1 Führerschein. Was ist der Unterschied? Also der ganz große Unterschied zwischen B196 und A1 ist es, dass man keine Erweiterung machen kann, heißt beim A1 Führerschein, den ihr ganz normal macht, in der Fahrschule, mit Theorieeinheiten, Theorieprüfung, praktischer Prüfung, könnt ihr nachher eine Erweiterung machen, nach § 15 Absatz 3 Feierlaubnisverordnung. Bei einem Führerschein der Klasse B196 geht das nicht, da könnt ihr keine Erweiterung machen, heißt dann ist Feierabend. So, jetzt haben wir über die Rede mit B196 Führerschein A1, was ist das? Das ist natürlich die ganz, ganz große Frage, wie bekomme ich den B196 Führerschein? Ganz, ganz einfach, ihr meldet euch in der Fahrschule an, ihr braucht keinen Führerscheinantrag, ihr braucht keine ESC-Untersuchung, ihr braucht natürlich ein Passbild, aber ich glaube, das ist das kleinste Problem mittlerweile. Und dann geht es eigentlich schon los. Zusammengefasst müsst ihr vier Theorieeinheiten an 90 Minuten in einer Fahrschule besuchen und zusätzlich 5x 90 Minuten auf der Straße fahren. Nachdem ihr den Kurs dann besucht habt, kriegt ihr von der Fahrschule eine Ausbildungsbescheinigung oder ein Zertifikat, eher gesagt. Und damit geht ihr zu eurem Straßenverkehrsamt und könnt dieses deutschlandweit einreichen. Hast du nun Bock, einen dieser Gefährte zu fahren und 200 Tage bei uns hier im schönen Münsterland zu verbringen? Buch einfach unter www.b196-intensivkurs.de einfach den Kurs oder klick hier, wir verlinken das einfach hier. Wir würden uns freuen, wenn du vorbeikommst und hast du innerhalb von zweieinhalb Tagen den ganz kleinen Motorradführerschein. Ja, vielleicht sehen wir uns ja und wenn dir das Video gefallen hat, kommentiere es, like es, abonniere unseren Kanal, auch die Glocke nicht vergessen. Dann siehst du noch ganz, ganz viele Videos von uns und ja, bis zum nächsten Mal.